heute zeige ich euch die steuerung der s-bahn hier in transom walls 2 auf jeden fall zeige ich sie euch heute damit ihr wenn ihr nicht wisst ihr steuern wie ihr das machen müsst damit ich es euch zeige auf jeden fall los geht's jetzt muss ich warten bis ich die türen schließen kann scheiße ich hab die türen schon beschlossen das wollte ich nicht okay noch mal aufmachen jetzt türen verriegeln damit ihr dann losfahren müsst ihr den gang auf vorwärts gestellt haben das einmal drücken 30 3 sekunden warten und dann macht ihr hiermit das tempomat und ja auf jeden fall das ist die steuerung für die s-bahn ich hoffe es hat euch gefallen das gerne in like und dann würde ich sagen tschau